Lächeln mal Bernhard. Ja. Fangt so, komm, das läuft schon. Lächeln mal Bernhard. Das ist einer der Damen von der Firma Sokofall. Das ist eine kleine Situation. Die beiden die jetzt gerade wieder im Platz überkommen ist einer der Bernhardt-Tager mit der ASE 20 von Hohleisenhof. Und heute draußen über dem Feld ist der Markus von Planen. Ein Modellgewicht von 8,6 Kilo. Das sieht ganz gut wie wir es am Boden sind. Die von Link kommt wieder hier. Und dann ist es nichts mehr für die ASE 20 von den Kilo. Die von Link kommt wieder da. Ja, das geht. Auf die Platte? Gut. Lief. Achtung! 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 Korrekt! Geräusche Achtung! 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 Aus! Achtung! Achtung! Wir kommen noch mal von links, die kommen zurück. Die sind von oben. Was ist das? Was ist das? Jetzt. Was ist das, oder? Ja. Wir tun es noch mal kurz. Nein, das ist die Freibrand. Ich fühle mich nicht mehr an. Der Slot, der von Mainz bleibt, geht zu Ende. Und wenn wir jetzt mit Gucken und Verräumen, jetzt ist das geschaut, wie wir uns das haben, mit einem wunderschönen Modell aus Deutschland 255, aus dem Jahr 1959 beim Original. Wir hatten einen Programm, daraus wurde der Wunschel ausgebildet. Ein absolut konstruierlicher Nutzer. Lächeln doch auch mal mal. Bitte? Lächeln mal mal. Schalke-Fixer-Korn-Dachau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.